Was ist das neue Buch? Wir haben dann eine kleine Tochter bekommen und das schrieb förmlich nach einer Fortsetzung und die habe ich jetzt geschrieben mit Ali zum Dessert. Wie das Leben halt so spielt, man sucht etwas und dann kommt alles ganz anders, aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die diese Erfahrung macht, dass das Leben einem manchmal auch ganz schöne Streiche spielt, obwohl in diesem Fall war es ja ein schöner Streich und ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal einen türkischen Mann haben werde, sondern ich habe immer gesagt, ich brauche einen deutschen Mann, groß, blond, blau. Ich mag große, blonde, blauäugige Männer, aber irgendwie sollte er ja auch eine türkische Seele haben, ein türkisches Herz haben. Und jetzt habe ich einen erstklassigen Ali, einen erstklassigen türkischen Mann mit einem riesengroßen deutschen Herzen. Na ja, erstmal wissen wir ja natürlich, er ist ja typisch deutsch, typisch türkisch, ist ja sehr, sehr individuell. Also die deutschen Eigenschaften, die ich zum Beispiel habe, die hat mein Mann jetzt gar nicht. Also ich würde bei ihm wirklich sagen, er hat noch diese klassischen Tugenden der Deutschen, er ist sehr zuverlässig, er ist unglaublich pünktlich, man kann sich wirklich hundertprozentig auf ihn verlassen und er ist sehr fleißig, er ist sehr anständig, höflich, hat Manieren, so wie man sich einfach einen gut erzogenen deutschen Mann vorstellt. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine unglaublich türkische Leidenschaft, er kann tolle türkische Komplimente machen, er scheut sich nicht davor, dieses alte Spiel der Liebe, dieses alte Liebesspiel, wie man das so nennt, dieses Werben um eine Frau, ihr die Autotür aufhalten, im Restaurant die Rechnung begleichen. All die Dinge, die ich bei deutschen Männern doch dann und wann vermisst habe und er kombiniert halt dieses wirklich sehr türkische auf der einen Seite und auch das sehr, sehr deutsche auf der anderen Seite. Er ist eigentlich eine perfekte Mischung und was ich ja auch bin, ich bin ja auf der einen Seite sehr deutsch, ich lebe sehr deutsch, auf der anderen Seite habe ich mir aber auch meine türkische Seele bewahrt und so lebe ich beide Welten, beide Kulturen gleichermaßen gerne und wir haben uns quasi gesucht und gefunden. Das war dieser eine Moment, als ich die Einsicht hatte, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ich dachte mal, ich müsste mich entscheiden, weil ich ja natürlich auch immer Fragen gestellt bekommen habe, wie viel Prozent ist denn an dir türkisch und wie viel Prozent ist deutsch? In welcher Sprache träumst du eigentlich, deutsch oder türkisch? Wo fühlst du dich eigentlich mehr zu Hause, in der Türkei oder in Deutschland? Und ich dachte immer, ich müsste eine Antwort darauf geben oder ich müsste Antworten auf diese Fragen finden und ich hatte aber nie eine Antwort, weil manchmal habe ich mich sehr türkisch gefühlt und manchen Tagen habe ich mich sehr deutsch gefühlt und manchmal war ich ein Mix aus beidem. Und irgendwann hatte ich die Einsicht, dass ich mich nicht entscheiden muss und dass mich niemand zwingt, eine Entscheidung zu treffen, was ich denn nun bin. Und seit dieser Einsicht gehe ich sehr humorvoll, sehr selbstbewusst und sehr fröhlich durchs Leben, durch meine beiden Leben, die ich habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach zu erkennen, dass es im Grunde ja ein Reichtum ist, mit zwei Sprachen aufzuwachsen, zwei Kulturen in sich zu haben, zwei Leben zu haben. Und man denkt dann immer, oh, der Mensch ist vielleicht zerrissen, weiß nicht, wo er hingehört. Nein, ich weiß, wo ich hingehöre. Deutschland ist meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier sozialisiert worden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich viele, viele türkische Elemente an mir, die durch meine Erziehung gekommen sind, natürlich auch durch meine türkische Familie. Und so kann ich beide Kulturen leben. Und für mich ist es ein absoluter Reichtum. Und ich verstehe mein Leben auch als Reichtum. Jeder ist ja anders. Auch wenn man die gleichen Eltern hat, man entwickelt sich ja auch in eine andere Richtung. Und wir sind sechs Kinder. Ich habe noch drei Schwestern und zwei Brüder. Und wir sind alle unterschiedlich. Und daran merkt man schon, dass es in einer einzigen türkischen Familie, die hier in Deutschland gibt, schon so viele unterschiedliche Lebensmodelle gibt. Und deswegen ist es dann auch wahnsinnig schwer, auch von den Türken zu sprechen. Die Türken gibt es nicht. Genauso wenig, wie es auch die Deutschen nicht gibt. Und wir sind alle unseren Weg gegangen. Eine Schwester, die hat mit 20 ihren Mann gefunden. Den hat sie dann geheiratet, lebt mittlerweile in der Türkei. Die andere hat dann mit Mitte 20 geheiratet. Die andere ist überhaupt noch nicht verheiratet. Meine Brüder genauso unterschiedlich. Und ich glaube, ganz wichtig ist es nicht, sich darauf festzulegen, das ist jetzt türkisch oder das ist deutsch. Sondern es sind unterschiedliche Erfahrungen, die man im Leben macht. Und bei mir war es ja genauso. Die Erfahrung, die ich in beiden Welten gemacht habe. Aber die Menschen, denen ich begegnet bin in meinem Leben, die haben mich ja sehr geprägt. Und ich bin heute der Mensch, der durch diese ganzen Einflüsse halt auch gewachsen ist. Und für meine Familie bin ich Helga, die Deutsche. Weil ich halt auch lange nicht geheiratet habe, beziehungsweise nicht heiraten wollte. Eigentlich sehr auf meine Karriere fokussiert war. Und für meine Eltern war das ganz schlimm, weil die gesagt haben, du musst doch Familie gründen. Wo ist denn die Wärme in deinem Leben? Weil sie haben immer gesagt, die arbeitet den ganzen Tag, kommt abends nach Hause und niemand wartet auf sie. Und sie wollten einfach auch, dass ihre letzte Tochter auch eine Familie gründet und ein Nest hat. Meine Eltern sind ja auch ganz normale Menschen. Die verstehen viele Dinge natürlich nicht. Meine Eltern können nicht lesen und schreiben. Deswegen ist es natürlich auch schwer, ihnen einfach ein Buch in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, lese doch mal. Und ich musste ihnen natürlich vieles erzählen. Ich musste viel beschreiben, was ich da aufgeschrieben habe. Und im Grunde natürlich sind sie stolz. Und sie sehen mich ja auch im Fernsehen und auch in den Zeitungen. Aber so richtig was damit anfangen können sie nicht. Ich habe ja eine Ausbildung als Justizangestellte mal gemacht. Und mein Vater trauert diesem Job heute noch hinterher und sagt so, ach, wer hast du doch mal beim Gericht geblieben? Weil für ihn war das etwas Sicheres und du bist bei einer Behörde. Und jetzt bin ich Schriftstellerin und damit kann er nicht so richtig was anfangen. Aber er ist natürlich stolz. Also erstmal finde ich das großartig, dass ich überhaupt dieses wunderschöne Deutschland, mein Deutschland, überhaupt bereisen darf. Ich habe Orte gesehen. Ich hätte mir niemals erträumen lassen, dass es so schöne Orte in diesem Land gibt. Weil ich kenne ja eigentlich nur die Großstädte. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, im Pott sozusagen, in Duisburg. Habe dann lange in Berlin gelebt. Lebe jetzt in Hamburg. Kenne natürlich Köln, München, Stuttgart. Aber dass es dann auch so ein Tuttlingen gibt, so im Neckartal liegt. Ach, das berührt mein Herz. Und da lerne ich dann natürlich auch meine Leser kennen. Und ich lerne die Menschen kennen, um die es ja auch geht. Die anderen türkischen Familien, die anderen türkischen Frauen, die dann zu meinen Lesungen kommen und einfach sagen, danke, dass du das mal aufgeschrieben hast. Du hast ja genau mein Leben beschrieben. Meine Familie ist genau so. Und ich wusste ja im Endeffekt, als ich die Bücher geschrieben habe, dass ich zwar meine Geschichte erzähle, aber es ist ja auch die Geschichte von vielen, vielen anderen türkischen Frauen der zweiten Generation, die hier ganz selbstverständlich in Deutschland leben. Und diese Erfahrung mache ich immer wieder. Und auf der anderen Seite natürlich die deutschen Leser, die dann zu mir kommen und sagen, danke, dass sie uns mal das türkische Leben so näher gebracht haben. Wir hören ja immer nur die negativen Geschichten von türkischen Familien. Und für mich war es so eine Art Bildungsreise, sagen zum Beispiel viele. Und das freut einen Autor natürlich ungemein, dass man ja auf so eine humorvolle Art und Weise dazu beitragen könnte, dass beide Welten, dass beide Gesellschaften sich vielleicht ein Stückchen näher gekommen sind. Und das freut einen Autor natürlich ein Stückchen näher gekommen ist.